Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine neue Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video wollen wir einen Blick werfen auf den letzten Grand Prix Emilia de Romagna in Imola. Bleibt dran! Der Formel 1 Grand Prix in Imola. Ein Start-Ziel-Sieg für Max Verstappen von Red Bull. Mercedes konnte nicht komplett die Erwartungen erfüllen, jedoch George Russell hat sich sicher über seinen vierten Platz immens gefreut. Die Überraschung des Rennens Lando Norris aus dem McLaren Team. Für mich persönlich der freudigste Moment dieses Formel 1 Grand Prix. Dass Max Verstappen vor Sergio Perez einen Doppelsieg für Red Bull einfahren konnte, war sicher eine kleine Überraschung, aber nichtsdestotrotz eine gewohnte Leistung von Red Bull. Es ist wunderbar anzusehen, dass Red Bull die anfänglichen technischen Probleme und Standhaftigkeitsprobleme er wohl sehr gut bei beiden Fahrzeugen in den Griff bekommen hat. Die Enttäuschung des Rennens war sicher Louis Hamilton von Mercedes. Dass er nicht einmal in die Top Ten fahren konnte und auf Platz 13 landete, hat einen sehr fahlen Beigeschmack. Er kommt einfach nicht mit dem Auto klar. Zumindest wirkt es so. Dass es nicht die Performance am Auto zu liegen scheint, dass Mercedes einige Fortschritte gemacht hat, beziehungsweise die Strecke, ehe Mercedes entgegenkommt, beweist das Ergebnis von George Russell. Dabei sei gesagt, es ist wie voriges Jahr mal wieder ein Regenrennen gewesen, beziehungsweise ein Rennen mit wechselnden Bedingungen. Über die komplette Laufzeit des Rennens war die Spannung nicht unbedingt da. Die neuen Änderungen der Formel 1 an der Aerodynamik konnten zumindest auf dieser einen Rennstrecke nicht wirklich greifen. Zumindest war die Leistung von Red Bull mit Max Verstappen nicht von schlechten Eltern. Es war ein klassisches Start-Ziel-Rennen für Max Verstappen. Da kommt sicher die Performance des Wagens auf dieser Rennstrecke eine spurweit mehr zu tragen, als wir jetzt vielleicht tendenziell starke Verbesserungen oder ein Leistungsangleich von Red Bull an den Ferraris. Es kann gut sein, dass sich das im nächsten Rennen wieder komplett ändert. Leider Gottes war der Abflug von Charles Lecaire nicht gerade günstig für die Diffusis und der Ausfall von Carlos Sainz. Ich wünschte, ich könnte dazu ein längeres Kommentar abgeben, da mich die Situation des WM-Kampfs von Charles Lecaire zu Max Verstappen, ja wie euch auch, extrem interessiert. Aber ich verfolgte das Rennen auf RTL und sie hatten ein wunderbares Talent genau zu diesen Momenten, wo Charles Lecaire abgeflogen ist, wo Carlos Sainz das Rennen beenden musste. Wo interessante Boxenstops gewesen wären, genau zu diesem Moment hat RTL in die Werbung geschalten. Diesbezüglich war es für mich ein Werbeblock, welcher unterbrochen wurde durch ein Formel 1 Rennen. Also hier, ich dachte es ging nicht, aber es scheint doch zu gehen. Die Leistung von Formel 1 Kommentaren und Formel 1 Live-Übertragungen kann doch noch zu dem Level von Servus TV unterboten werden. RTL hat das wunderbar zur Schau gestellt. Wenigstens waren die Kommentare der Kommentatoren, vor allem Christian Danner, besser und spannender als diese von Servus TV. Das heißt, man steht hier in der Zwickmühle, schaut man sich ein Rennen auf Servus TV an oder auf RTL. Wenn es mal auf RTL gezeigt wird, muss man die Entscheidung treffen, eher Werbung in Kauf zu nehmen, dafür gute Kommentare oder eine Spur weniger Werbung, dafür Kommentare, die der Sau graust. Das muss jeder für sich wissen. Für mich steht fest, es gibt keine bessere Formel 1 Live-Übertragung im TV als die von Ernst aus Leibner und Alexander Wurz im ORF. Wieder zurück zum Rennen und zu den Leistungen der Fahrer. Lando Norris im McLaren. Die Überraschung des Rennens. Die freudige Überraschung des Rennens. Für mich ist es immer schön zu sehen, wenn Mittelklasse-Teams aufs Podium fahren. Das wirbelt nicht nur die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft und vielleicht sogar die Fahrer-Weltmeisterschaft, zumindest auf den eher hinteren Plätzen etwas wieder durcheinander. Nein, es ist auch eine wunderbare Abwechslung. Genau das wollen wir als Formel-1-Fans noch mehr bei Formel-1-Rennen sehen. Andere Fahrer, abwechslungsreiche Podiumsplätze unterschiedlicher Teams. Also hier für mich doch ein Daumen nach oben für dieses Rennen, da wir wieder einmal einen Außenseiter- bzw. ein Mittelklasse-Team auf dem Podium haben. Zum Rennen von Red Bull kann man, wie gesagt, herzliche Glückwünsche aussprechen und wohlverdiente Doppelsiege. Zum Rennen von Mercedes war es wie voriges Jahr mal wieder ein Griff in die Tonne. Schon voriges Jahr hatten wir ja den Zusammenstoß von Walter Rebottes im Mercedes mit George Russell im Williams. Es ist auch irgendwie bezeichnend bzw. fast ein Schlag ins Gesicht für Mercedes, dass Walter Rebottes im Alfa Romeo mit dem Ferrari-Triebwerk an George Russell mit dem Mercedes-Team und Mercedes-Triebwerk knapp herankommen konnte. Also wir vergleichen ja hier doch ein Team aus dem Mittelfeld bzw. eher aus den hinteren Rängen mit einem Top-3-Team. Eine weitere schöne Überraschung war Sebastian Vettel im Essen-Martin, der es unter die Top 10 auf Platz 8 geschafft hat für Sebastian Vettel, der zu Saisonbeginn coronabedingt und erfolgsbedingt auf der Rennstrecke nicht unbedingt den besten Saisonstart seines Lebens hatte. Hier freut es mich auch besonders und es ist schön zu sehen, dass Sebastian Vettel so weit vorfahren konnte. Jetzt werfen wir einen abschließenden Blick auf die Performance von Lewis Hamilton. Ist Lewis Hamilton im Tief seines Lebens? Ist Lewis Hamilton in seiner letzten Formel 1 Saison? Eine Spur kann ich es mir vorstellen, dass Lewis Hamilton es dieses Jahr noch einmal probiert, vorne mitzufahren und versucht, wieder in den WM-Kampf mit einzusteigen. Es würde zumindest seinem Charakter entsprechen, auf der anderen Seite entspricht es eher weniger seinem Charakter im Mittelfeld bzw. hinter dem Mittelfeld herumzufahren. Vor allem mit George Russell als Teamkollegen. Hier muss er jetzt fast so wie die WM gerade oder die Saison gerade läuft, fast schon um seinen Nummer 1 Platz bei Mercedes kämpfen und fahren. Da ja George Russell die bisher bessere Leistung bringt. Als Grund für Lewis Hamilton tief sehe ich die Abstimmung zwischen dem Fahrer Lewis Hamilton und seinem Wagen, seinem Chassis, seinem neuen Dienstauto. Die Aerodynamik hat sich im Vergleich zu den letzten 10 Jahren ja komplett geändert. Und es ist vielleicht für den einen oder anderen vorstellbar, dass dies für ein Unwohlbefinden im Auto sorgt. Lewis Hamilton hatte die letzten 10 Jahre die Möglichkeit, sich ein Auto bauen zu lassen, an der Entwicklung eines Autos mitzuarbeiten, mitzuarbeiten, das voll und ganz auf seinen Fahrstil, seinem ganz persönlichen Fahrstil abgestimmt ist. Das sorgt auf der einen Seite dafür, dass man tolle Leistungen bringt, aber auf der anderen Seite dafür, dass man eine Spurwert an Flexibilität verliert. Dass man sich nicht so ganz einfach auf neue Gegebenheiten einstellen kann. Und das glaube ich ist Lewis Hamiltons Problem. George Russell als junger Fahrer, als Fahrer, der es gewohnt ist, mit einem Auto klar zu kommen, das nicht auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist, tut sich in dieser Umstellung natürlich leichter. George Russell fuhr bei Williams einen Wagen, der immer in den letzten und vorletzten Positionen zu Hause war. Der mit Sicherheit nicht 100% auf seinen Fahrstil abgestimmt war und abgestimmt werden konnte. Hier hat George Russell meiner Meinung nach einen gewissen Vorteil gegenüber Lewis Hamilton. Bei ihm kann man ja annehmen, dass in Abstimmung mit dem Fahrzeug gewisse Abläufe und Einschätzungen schon in Muskelgedächtnis verankert sind. So tief in seiner Erfahrung und seiner Einschätzung in seiner Komfortzone liegen, dass der Umstieg mit dem neuen aerodynamischen Reglement der Formel 1 extrem schwer sein muss. Und darin glaube ich ist wirklich die Seuche begraben. Das ist das große Problem von Lewis Hamilton. Aus diesem Grund sind die zeitlichen Unterschiede zwischen George Russell und Lewis Hamilton zugunsten George Russells ausgefallen. Und dass es weniger ein Performance Problem ist, als wie eine persönliche Abstimmung mit dem Fahrstil zum Fahrzeug, das zeigt mir auch, dass seine Leistungen sowohl im Zeittraining als auch im Qualifying und dann auch im Rennen konstant hinten abfallen. Es ist nicht einmal Hopp und das nächste Mal Flop, sondern es ist ein konstantes, ich komme damit nicht klar, ich fühle mich nicht wohl. Und ich fürchte fast, ich habe die Vermutung, dass sich das in den nächsten 1, 2, 3, vielleicht sogar 5 Rennen, 6 Rennen nicht ändern wird. Und dann sind wir schon bei der Halbzeit der Formel 1 Weltmeisterschaft 2022. Und somit ist meine Einschätzung, dass Lewis Hamilton dieses Jahr womöglich nicht oder mit ziemlicher Sicherheit nicht an dem WM-Kampf teilnehmen wird. Und dass er sich zwischen Verstappen und Leclerc entscheiden wird. Und dann kommen wir zu der Saison 2023, wo ein großes Fragezeichen dahinter steht, ob Lewis Hamilton dann noch für Mercedes fährt oder nicht. Vom Charakter her, vom Ehrgeiz her wird er sicher wollen, vom Wohlbefinden her und von seiner Komfortzone kann ich mir gut vorstellen, dass er hier ein eher Zeichen sieht, seine Formel 1 Karriere zu beenden. Er hat es nicht notwendig, er hat sieben Weltmeistertitel, er hat genügend Geld, er hat sicher seinen Spaß gehabt oder hat ihn noch immer in der Formel 1, kann aber auch woanders noch seinen Spaß haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es in Richtung Kimi Räikkönen gehen wird, der sich vielleicht für die eine oder andere Auszeit in der Formel 1 entscheidet, beziehungsweise einen Wechsel der Rennserie vornimmt. All das sind nur Vermutungen, all das sind nur meine persönlichen Einschätzungen. Vom Aspekt des Zusehers hoffe ich sehr stark daran, dass Lewis Hamilton auch 2023 noch für Mercedes fährt und dass Mercedes zu Red Bull und Ferrari aufschließen kann. Alleine schon, um spannende Rennen zu sehen und zumindestens drei Kämpfe, wenn nicht sogar vier Kämpfe um Podiumsplätze. Wie ist eure Einschätzung? Wie ist euer Empfinden zu Lewis Hamilton's Rückstand, zu seiner Karriere, zu seinen WM-Chancen? Wie hat euch der Grand Prix von Imola gefallen? Wo habt ihr ihn gesehen? Auf RTL, ServusTV oder Sky? Schreibt es gerne in die Kommentare, das würde mich interessieren. Und wenn ihr noch dazu das Video und mich, den Kanal unterstützen wollt, freue ich mich, wenn ihr ein Like für dieses Video da lässt und ein Abonnement für den Kanal. Für euch werden das zwei kleine Klicks, für mich und den Kanal eine riesige Unterstützung. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.